Heute habe ich mir mal gedacht, Jack, wieso verschonst du nicht mal Frau Baerbock? Und okay, ich bin ehrlich zu euch, ich wollte mich selbst verschonen. Denn jedes Mal, wenn ich dieser Frau zuhören muss, geht mein Puls nach oben. Doch als ich auf diesen Beitrag, dieser Propaganda-Baronen gestoßen bin, wusste ich, es wird meine patriotische Pflicht sein, sie vor hunderttausenden Menschen auseinanderzunehmen. Wie ein Gladiator, angesichts des Nerventods, schwinge ich mein Schwert für die deutsche Gesellschaft Richtung Wahrheit, um die Illusion dieses Kriegsdämons zu durchbrechen. Deshalb habe ich heute für euch eine ganz besondere Portion Kopfschmerzen vorbereitet, die ihr euch dringend anschauen solltet. Macht euch bereit für das Schlimmste, was Deutschland jemals als Diplomat hervorgebracht hat. Bühne frei für die Kriegstreiberin Baerbock. Und auch das ist mein Job, dann zu erklären, erstens, was so dargestellt wird, der Großteil geht an Waffenunterstützung an die Ukraine. Das stimmt nicht. Wir haben ja einen Bundeshaushalt, der derzeit so bei 450 Milliarden Euro, immer mal schwankend in diesen Zeiten, liegt. Wir haben eine Unterstützung für die Ukraine von über 30 Milliarden Euro, ganz viel humanitäre Hilfe auch mit dabei. Also es ist jetzt nicht der Großteil. Und ich frage dann auch gerade in solchen Diskussionsrunden immer, ich kann das verstehen, wenn Sie sagen, auch die 30 Milliarden kann man für was anderes einsetzen. Aber dann muss ich Ihnen, weil ich immer darauf setze, dass man ehrlich miteinander im Gespräch ist und nicht das Blaue vom Himmel verspricht, wie vielleicht andere, sagen, ich weiß nicht, wie lange wir dann hier in Brandenburg direkt an der Grenze zu Polen sicher weiter schlafen können, weil wir in den letzten Monaten insbesondere erlebt haben, dass auch an den Grenzen von unseren östlichen Nachbarn in Polen zum Beispiel der Luftraum verletzt worden ist von Russland. Mit Blick auf die baltischen Staaten wurden in der einen Nacht plötzlich die Grenzbojen aus dem Wasser genommen. Und dann war die NATO plötzlich an der Grenze von Russland und hat auch noch die Regierung seines Nachbarn gestürzt. Okay, das waren die Amis. Und klar, jetzt denken unsere westlichen Politiker logischerweise natürlich, dass Berlin das nächste Ziel der Russen ist. Oder man könnte doch einfach mal dasselbe Verständnis, was Frau Baerbock gerade gezeigt hat, für die Russen aufbringen. Denn ich glaube, es ist schon verständlich, dass NATO-Grenzverschiebungen das Sicherheitsbedürfnis der Russen tangieren. Aber dafür müsste man ja diplomatische Fähigkeiten haben oder so etwas wie Empathie, historisches Wissen, Bildung. All jene Fähigkeiten, die Frau Baerbock leider nicht besitzt. Und bevor das passieren wird, also dass sie diese Fähigkeiten entwickeln wird, stecken die Deutschen schon längst im Krieg. Doch glaubt es mir, von Szene zu Szene wird es desaströser und desaströser. Deshalb abonnieren nicht vergessen, weiter geht's. Also überall gibt es leichte Tests von der EU-Grenze, von der NATO-Außengrenze. Und wenn die Ukraine unsere Freiheit, unseren Frieden nicht weiter verteidigen kann, weil wir sie nicht mehr unterstützen, dann ist die Frage, wie weit dann Putins Truppen weiter vorrücken. Deswegen sind die Unterstützungsleistungen für die Ukraine der beste Schutz für unseren eigenen Frieden und unsere eigene Sicherheit. Die Frage ist natürlich nur, wie lange die Ukraine das mit unserer Unterstützung durchhalten kann. Wenn man die Meldungen, die so von der Front kommen und von Fachleuten einem da gesagt werden, sieht es ja so aus, als sei die Ukraine doch in die Defensive geraten in den vergangenen Monaten. Und der Nachschub aus dem Westen ist bei allem guten Willen einfach nicht groß genug, als dass sie sich da entsprechend verteidigen könnten. Mein Gott, dieses Gesicht der Frau ist so gezeichnet. Sieht so ein Mensch aus, der mit sich im Reinen ist? Ihre Wangen sind scheinbar Opfer der sündhaften Schwerkraft geworden. Und die Art der Faltenbildung unter ihren Augen deutet auf unmoralisches Verhalten hin, mit dem man scheinbar als amerikanische Marionette leben muss. Okay, ich gebe es zu, das war jetzt meine Interpretation. Aber dieses Gesicht wirkt doch verdorben, oder? Und sorry für die Unterbrechung, wir hören uns jetzt den Schmarrn weiter an. Abonnieren nicht vergessen, los geht's. Ja, weil sie es ja angesprochen haben, weil wir, und das ist halt der Unterschied, auch das muss man sich immer wieder vergegenwärtigen in diesen Zeiten, der Unterschied zwischen Demokratien und Diktaturen. Putin ist nicht in der Situation, dass ihn in seinem Land irgendjemand offen, Journalistinnen oder die Menschen fragen können, wie viel investierst du eigentlich gerade in die Schulen? Hast du eigentlich alle Renten ausgezahlt? Er hatte Wahlen, die keine Wahlen waren, weil dort Soldaten in Wahllokalen standen, Nawalny vorher umgebracht worden ist. Und das heißt, das, was bei uns ja normal in der Demokratie funktioniert, dass man sagt, ja, aber wenn nichts mehr in die eigene Bevölkerung gesteckt wird, dann wird man abgewählt. Und das ist halt in einer Diktatur nicht so, weil alle, die gegen einen sind, vorher aus dem Weg geschafft werden. Da muss ich Frau Kriegsbock leider widersprechen. Auch in unserer ach so toll wirkenden Demokratie ist es der Gesellschaft nicht gelungen, Protagonisten wie Frau Baerbock loszuwerden. Denn sie gewann kein Direktmandat. Nein, sie nahm die Hintertür durch die Landeslisten. Aber das sei nur am Rande bemerkt. Doch viel wichtiger ist doch, was denkt das russische Volk? Denn, auch wenn sie es nicht glauben, es gibt immer noch unabhängige Institutionen in Russland, die Umfragen in der Gesellschaft machen dürfen. Und 80% der Russen stehen hinter Putin. Und wenn man das mit unserer deutschen Regierung vergleicht, sind die ungefähr bei 29%. Also man halte fest, die russische Regierung hat eine Mehrheit, die deutsche Regierung keine. Und dann kommen wir noch zum nächsten Sündenfall. Denn hier in Europa wurde Russia Today und andere russische Medien einfach verboten. Will man da etwa verhindern, dass der aufgeklärte Bürger sich die andere Perspektive anhört, damit er sich eine eigene Meinung bilden kann? Und das, obwohl Russland das Selbstbewusstsein hat und das als Diktaturautokrat, westliche kritische Medien zuzulassen? Ziemlich fadenscheinlich für den Wertewesten, die die Meinungsfreiheit groß schreibt. Aber es passt perfekt zu Frau Baerbocks Argumentation. Löchrig wie ein Schweizer Käse oder ihre Bildung. Und wenn man jetzt noch erwähnt, dass es in der Ukraine gar keine Wahlen erst gegeben hat und dass es definitive Beweise gibt von rechtsextremen Einflüssen in der Regierung, dann wird es wirklich wild. Und welcher Deutscher würde das nur unterstützen wollen? Ich sage nur am Nord Stream. Doch schauen wir uns mal die nächste Szene an. Daumen hoch. Das ist halt in einer Diktatur nicht so, weil alle, die gegen einen sind, vorher aus dem Weg geschafft werden. Und das ist eben die Herausforderung bei uns, dass wir logischerweise nicht sagen können, okay, jetzt unterstützen wir nur noch die Ukraine, sondern wir diskutieren über Mindestlohnerhöhung. Wir diskutieren darüber, wie die Rentenbeiträge gesichert können. Wir diskutieren über gute Schulen. Und daher ist es immer wieder eine Abwägung. Für mich ist nur wichtig, was ist denn die Alternative? Natürlich kann man sagen, die Ukraine hat es noch nicht geschafft, dich zu verteidigen. Nur wird irgendwas besser dadurch, wenn wir sagen, jetzt seht zu, wie ihr das selber alleine hinbekommt. Das wird nicht der Fall sein. Lass uns noch einmal ganz kurz aufs Geld gucken, weil darüber streitet ja gerade die Ampel in der Haushaltsdebatte, wie es da weitergehen soll. Die Unterstützung der Ukraine wird auch sehr viel Geld kosten. Kommt also das Lösen der Schuldenbremse als Lösung? Ich habe ja auch bei anderen Gelegenheiten schon deutlich gemacht, dass ich in meinem Leben, aber ich glaube sehr, sehr viele hier auch in diesem Raum, noch nie so eine Notlage gesehen haben. Also dass der Angriffskrieg zurück auf dem europäischen Kontinent ist, dass wir so herausgefordert sind, dass wir uns den Kopf darüber zerbrechen, wie wir den Frieden sichern. Das hat es ja noch nicht in der jüngeren Vergangenheit gegeben. Die größte Notlage, die Deutschland jemals hatte, ist diese Regierung. Und wenn man wirklich am Frieden interessiert ist, wieso kriegt der Westen das nicht in den Kopf hinein? Dass die Russen an ihrer verwundbarsten und längsten Grenze keinen militärischen Vorposten samt Raketen der Amerikaner haben wollen. So schwer ist das doch gar nicht. Nur das hätte man berücksichtigen müssen. Dann gäbe es keinen Krieg. Und was hat jetzt die Ukraine bitte davon gehabt, dass sie die Hilfe des Westens hatte? Sie haben mehr als 500.000 Menschen verloren. 80% ihrer Energieinfrastruktur wurde zerstört. Städte zerbombt. Sie haben ein Territorium so groß wie Portugal verloren. Und sind total abhängig von wackeligen Demokratien, die mal eben aus ihrem Schicksal einen Wahlkampfspielball machen. Und jetzt denkt diese Narzisstin wahrscheinlich noch wirklich, dass ihr Beitrag in den letzten zwei Jahren irgendetwas mit Frieden zu tun gehabt hat. Doch das Gegenteil ist der Fall. Denn Tod und Elend war das Produkt einer solchen Außenpolitik. Wahrscheinlich sprach sie deshalb von Totengräber, als sie ihre Visagistin verteidigte. Denn wenn sie ohne Schminke vor der Kamera steht, erkennt man den Sensemann. Doch hören wir mal weiter. Und deswegen haben wir Instrumente wie eine Notlage, sie auszurufen. Offensichtlich gibt es da derzeit keinen Konsens in der Bundesregierung zu. Also aus dem Land gibt es keinen Konsens. Wir sind eine Demokratie. Und deswegen gilt es darum, dass wir weiter in der Regierung einen gemeinsamen Kompromiss finden, wie wir in dieser schwierigen Situation, wie gesagt, beides tun. In unser eigenes Land investieren, in den sozialen Frieden, in den Zusammenhalt investieren. Und zugleich unsere europäischen Partner, die Ukraine, unterstützen so, wie andere auch da waren, als wir sie brauchten. Lange zurück nach dem Zweiten Weltkrieg. Unser Land, wir haben ja gerade 75 Jahre Grundgesetz gefeiert. Warum konnten wir das? Weil andere mit Marschallsplänen und anderes in Deutschland investiert haben. Bei der Wiedervereinigung ging das nur, weil osteuropäische Nachbarn uns vertraut haben, dass wir da sind. Und dieses Vertrauen, das gilt es jetzt aus meiner Sicht zurückzugeben an andere, die uns in diesem Moment brauchen und da zu sagen. Entweder diese Frau hat kognitive Störungen oder sie ist es einfach gewohnt, diese große Grütze unwidersprochen rauszutrankehlen. Denn wie kann man ernsthaft als Argument gegen Russland von einer Wiedervereinigung sprechen, wenn es die Russen erst ermöglicht haben? Wo ist diese Würdigung geblieben? Ich meine, wir haben ja nur 27 Millionen von ihren Männern unter die Erde geschickt. Und trotzdem sind sie friedlich abgezogen, alle Soldaten ohne eine Kugel zu schießen, während die Amerikaner bis heute ihre Truppen in Deutschland haben. Aber das ist nicht alles, denn wir haben während der Auflösung des Warschauer Paktes den Russen versprochen, es gebe keine Nahost-Erweiterung der NATO. Und der einzige Grund, warum das damals nicht ratifiziert wurde, war zum einen, dass sie uns vertrauten und zum anderen, dass die Sowjetunion im Auflösungsprozess gewesen ist. Deshalb, wenn wir schon vom Vertrauen sprechen, Frau Baerbock, was haben wir denn mit den Russen gemacht? Man kann also wirklich nur beten, dass unsere Demokratie nur stark genug ist, diese Frau endlich loszuwerden. Und komm, die letzte Szene hören wir uns jetzt auch noch an, denn die übertrumpft alles. Finale, los geht's. Ich teile den Beitritt der Ukraine zur Europäischen Union. Auch das ist in diesen Zeiten da, ich war gerade zeitgleich im Nahen Osten, wo jetzt die Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine und auch Moldau gestartet worden sind. Und eigentlich in anderen Zeiten wäre das ein historischer Moment gewesen. Wenn wir uns noch einmal zurückerinnern, und ich glaube, das ist wichtig, im Jahr 2013 und auch 2014. Die Menschen auf dem Maidan damals, die haben ja demonstriert dafür, dass ihr Land in die Europäische Union kommt. Dann gab es Heckenschützen, die die Menschen angegriffen haben, weil es, jetzt auch nochmal rückblickend viel deutlicher, Putin Russland damals verhindern wollte. Dann gab es die Invasion 2014 auf der Krim, um zu verhindern, dass die Ukraine der Europäischen Union beitritt. Das war ja schon damals das Ziel. Putin wollte die Ukraine an sich reißen und er hat jetzt durch auch einen furchtbaren Krieg erreicht, dass die Ukraine noch fester an Europa und mit uns zusammenwächst. Und hier war meine Lieblingsszene, made by Frau Baerbock. Denn erstmal wird bis heute eigentlich so getan, dass es diese Heckenschützen in der Maidan-Revolution niemals gegeben hätte. Also bedient sich Frau Baerbock einer Wahrheit, die ja eigentlich eine Verschwörungstheorie ist. Und dann zum anderen, warum sollten die Russen eine russlandfreundliche Regierung stürzen? Das zeigt doch nun mal wieder ganz deutlich, dass diese Frau hohl wie Termiten zerfressenes Holz ist. Denn sie nennt wirklich Dinge in einem Kontext, in nur einem einzigen Satz, die sie selbst widersprechen. Und wenn man den ganzen noch die Krone aufsetzen will, sollte man nur vom abgehörten Telefonat von Victoria Newland erinnern. Die ehemalige stellvertretende Außenministerin der Vereinigten Staaten für europäische und eurasische Angelegenheiten. Die sagte nämlich, fuck die EU. Und dann sprach sie eiskalt davon, wen man nach dem Putsch in der Regierung als Präsidenten besetzen sollte. Und Trommelwirbel, es war nicht Klitschko, wie er es sich erhofft hatte, sondern Poroschenko. Und natürlich kam es wie bestellt, denn die Amerikaner sind eines, professionell. Und was sagt uns das generell? Wenn man Desinformation hören möchte, dann hört man am besten Frau Baerbock zu. Und jetzt beenden wir die Beweisführung für heute und merken uns nur eine wirklich gute Regel, die mir immer wieder hilft, einen klaren Verstand zu behalten. Wenn man uns permanent nur eine Perspektive darstellen will, nur eine einzige Seite der Medaille, dann nennt man das Propaganda. Und genau deshalb habe ich für Sie ein Video vorbereitet, die im Detail die andere Seite präsentiert, was jeder mal gesehen haben sollte. Einer der einflussreichsten Eliten aus Amerika, der wirklich sein Leben und seine Karriere dafür hingibt, seinen Ruf und seinen Namen, um die Wahrheit ans Licht zu bringen. Jetzt seid ihr neugierig geworden, deshalb einfach hier klicken und die Reise geht weiter. Ich danke euch. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin. Ciao.